Große Umwälzungen Zu allem Übel kehrte Magnis entfremdete Tochter Meura zurück und forderte seinen Thron für sich und ihren jungen Sohn, den Prinzen des Dunkeleisen-Klans. Um einen Bürgerkrieg zu vermeiden, wurde das Konzil der drei Hämmer geschaffen. Eine instabile Koalition, die die Macht unter den Klans aufteilt. Nun, da politische Umbrüche das Königreich zerritten und der Kataklysmus die es umgebenden Länder verwüstet, liegt das Schicksal Eisenschmiedes in den Händen wutiger Zwerge wie euch. Heute ist ja auf meinem Kanal ein Langzeitprojekt, wie ihr vielleicht schon wisst. Ich habe euch ja schon das Startgebiet der Menschen, der Nachtelfen und der Gnome gezeigt. Und jetzt heute sind eben die kleinen Zwerge das erste Mal am Start. Da sich die Zwerge und die Gnome ja praktisch Dunmorrock teilen und ich das Gnome-Startgebiet ja schon gezeigt habe, werde ich hier nur dieses kleine Gebiet hier, dieses Eisklammental mit euch machen. Den Rest von Dunmorrock hier, dieses ganze Gebiet, haben wir ja schon zusammen gemacht. Deswegen wird es wahrscheinlich etwas kürzer hier werden. Ich weiß nicht genau, wie viele Quests hier sind im Eisklammental. Aber ich schätze mal, es werden höchstens drei, vier Folgen werden. Schauen wir einfach mal. Hier drüben ist der gute Jorren Eisenquill, Hauptmann der örtlichen Gebirgsjäger. Mit dem wollen wir uns doch mal unterhalten. Schön, euch zu sehen! Huch, die Stellung halten. Hey, ihr da! Ihr seid doch eine kräftig aussehende Jägerin. Hm, ja, ich würde schon sagen. Wirdet ihr uns helfen? Es scheint, als ob das heutige Erdbeben eine Gruppe dieser barbarischen Trox aufgerüttelt hat und die sind über irgendetwas ziemlich erbost. Meine Leute tun, was sie können, um sie fernzuhalten, aber wir könnten Hilfe gebrauchen. Tragt euren Teil dazu bei. Geht in Richtung Süden und helft meinen Gebirgsjägern aus der Klemme. Also, wir müssen die Stellung halten. Tötet sechs Eindringlinge der Felsenkiefer Trox. Ja, schon wieder die Trox. Die sind ja eine echte Plage. Möchten eure Reisen sicher sein. Dankeschön. Ja, ich habe die Klasse Jäger gewählt, wie ihr sehen könnt. Irgendwie kann man den Tieren doch auch andere Namen geben, genau. Wie nenne ich dich denn jetzt? Hm, das habe ich mir natürlich vorher nicht überlegt. Aber warum nicht nach unserem König benennen? Magni. Hoch, Magi. Magge. Nie. So wollte ich das eigentlich. Ja, wunderbar. Und ein Haustier darf natürlich bei mir auch nie fehlen, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Ach, jetzt kommen da immer diese ganzen Infos noch. Hm, wen nehme ich denn da heute mit? Ich glaube, in der letzten Folge von Gnomstadtgebiet hatte ich Herr Nilsson mit dabei. Da nehmen wir doch heute mal... Ach nein, der ekelhafte Schlammling. Da wird man so grün, wenn man den draußen hat. Erdnuss. Ich weiß gar nicht, ob ich den kleinen Kerl schon draußen hatte. Erdnuss bekommt ihr ja bei dem Event der Kinderwochen hier in World of Warcraft. Also könnt ihr euch aussuchen. Das ist eines der drei optionalen Haustiere. Also es gibt noch mehr, aber von diesen dreien könnt ihr euch... Ich glaube, das ist Kolumbus, Erdnuss und... Oh, fragt mich nicht, das ist schon so lange her, seit ich das Event mitgemacht habe. Aber ihr könnt ihn euch auf jeden Fall bei dem Event aussuchen, wenn ihr wollt. Und die Kinderwochen sind, glaube ich, immer um Pfingsten herum. Ich möchte gerade mal schauen. Ach, das sind die schon hier. Und der Klasse Jäger kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe die zwar auch getestet, wie eigentlich alle anderen Klassen in World of Warcraft auch. Aber irgendwie hat die Klasse mich nie wirklich überzeugt, was sehr seltsam ist, da ich normalerweise eigentlich sehr gerne Klassen spiele, die einen Begleiter haben. Aber beim Jäger? Irgendwie hat mir da immer was gefehlt, vielleicht das Magische, ich weiß es nicht. Ich glaube, mein höchster Jäger, den ich jemals getestet habe, war Stufe 25, also braucht man eigentlich gar nicht erwähnen. Aber jetzt, so hier für das Zwergenstartgebiet, habe ich mir gedacht. Warum nicht? Ist mal was anderes. Und für die paar Level geht das auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht kriege ich auch so viel Freude dran, dass ich den dann doch etwas länger spielen werde, also dann im eigentlichen Let's Play. Wobei ich mir da eigentlich schon überlegt habe, was ich gerne spielen möchte. Denn nachdem ich euch alle Startgebiete der, oh, der war jetzt aber schnell hinüber, nachdem ich euch alle Startgebiete der Allianz gezeigt habe, möchte ich ja ins eigentliche Let's Play starten. Also Level 1 bis 100 oder dann vielleicht schon 110, wer weiß. Und da habe ich mich eigentlich schon entschieden, was für eine Rasse und was für eine Klasse ich dann im eigentlichen Let's Play spielen werde. Also kein Jäger. Aber ich denke, das werde ich mal noch nicht verraten. Da könnt ihr euch dann überraschen lassen. Nach den Zwergen haben wir ja noch die Pandaren und die Worken, glaube ich, vor uns und die Drenai. Ach, wie niedlich. Da hat einer den kleinen Murloc Illidan. Morkidan. Sehr niedlich. Ich habe meinen kleinen Zwergencharakter hier auf Dunmork erstellt. Das ist ja nicht mein normaler Server normalerweise. Spiele ich auf Amantol. Die Stellung halten. Beeindruckende Arbeit, meine Liebe. Von jetzt an können wir die Stellung wieder alleine halten. Hier nehmt das für eure Bemühungen. Es könnte sich als nützig erweisen. Zumal ich euch um etwas noch Wichtigeres bitten muss. Okay. Wobei können wir da noch helfen? Haut sie. Also gut, hört zu. Ich weiß ein oder zwei Dinge über Trox. Und eins davon ist, dass die größten und stärksten Trox den meisten Respekt genießen. Diese Rohlinge ziehen Stärke allem anderen vor. Seht ihr diese großen, starken Trox hinter ihren Frontlinien? Sie sind das, was einem Anführer am nächsten kommt. Geht und erledigt ein paar von ihnen, damit sie wissen, was es heißt, sich mit den Töchtern und Söhnen von Eisenschmiede anzulegen. Bleib sauber. Meine Güte. Heute habe ich, glaube ich, einfach schon zu viel vorgelesen. Ich lege den ganz Ohr. Hilfe für die Verwundeten. Hört zu, Evane. Ich brauche nicht wie Joren eure Klinge, aber ich benötige jemanden mit einer ruhigen Hand und etwas Mut. Unsere Gebirgsjäger sind ausgebildet, um das Dorf vor einem Wolfangriff zu schützen, nicht vor einer ausgewachsenen Trox-Invasion. Viele unserer Besten liegen verletzt und erschöpft da nieder, und ich brauche eure Hilfe, um sie zu versorgen. Hier nehmt mein Erste-Hilfe-Set und helft so vielen, wie ihr könnt. Fahrt mit euch. Klar, machen wir gerne. Die scheinen auch da vorne zu sein. Hier in dem ganzen Bereich. Oh, da starten gerade zwei kleine Zwerge zusammen, wie mir scheint. Die haben wohl auch gerade die Quest gemacht. Da haben wir so ein Erste-Hilfe-Set erhalten. Danke, von hier aus schaffe ich es. Na, das hoffe ich doch. Viel Glück. Da ist einer von diesen Riesentrox. Von der Quest haut sie. Okay, die fallen wirklich auch sehr schnell. Die sind Stufe 2 und wir sind momentan noch Stufe 1, aber bald sind wir auch 2. Aber am Anfang geht das ja immer sehr, sehr schnell in Wörter-Fahrcraft. Ich trage auch bewusst keine Account-gebundene Rüstung. Die Leute, die mir schon länger zusehen, wissen das, dass ich davon nicht viel halte. Deswegen werde ich die auch nicht hier in meinen Let's Place tragen. Mein Level, denke ich, auch so schon schnell genug. Das muss nicht unbedingt sein. Ihr zerstört unsere Höhle. Ich schlage euch Schädel ein. Oh, sah aber nicht danach aus. Magni hat Stufe 2 erreicht. Schön, schön. Was ist das hier unten eigentlich? Steingestalt entfernt jegliche Gift, Krankheits, Fluch, Magie und Blutungseffekte. Zusätzlich wird jegliche erlittene körperliche Schaden 8 Sekunden lang um 10% verringert. Das ist die Volksfähigkeit der Zwerge. Sollen wir hier Begleiter rufen? Ja, ich habe ja momentan nur Magni und hier Tier heilen. Heilt euren Begleiter im Verlauf von 10 Sekunden um 25% seiner gesamten Gesundheit. Okay, so sieht das also aus. Aber ich denke, hier werden wir das noch nicht benötigen. Ich muss später auf jeden Fall noch ohne euch hier meine Leisten etwas anders legen und auch den Autoloot einstellen. Was brauchen wir denn noch? Ah, noch zwei Gebirgsjägern sollen wir helfen. Hm, ah, da drüben ist zum Beispiel jemand. Ach, und da auch und da auch. Okay, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir das nicht fertig bekommen. Oh, hat er eben nach ihm gehauen. Na, warte. Das kann ich ja nicht zulassen. Das lässt meinen Zwergenstolz nicht zu. Geht ja gar nicht, du Armer. So. Ihr seid ein Lebensritter für Eisenschmiede. Ja, für Eisenschmiede. Oh, auch ein Jäger. Von Rexa. Also dem Server Rexa. Haben wir jetzt auch die Quests ja schon erledigt. Was geht euch durch den Kopf? Hm. Sie machen uns dafür verantwortlich, ihre Höhle zerstört zu haben, sagt ihr. Das waren nicht wir. Das war dieses schreckliche Erdbeben heute früh. Sind sie so beschränkt, dass sie nicht einmal sehen, dass unser Lager auch beinahe zerstört wurde? Ich kann allerdings keinem Drock vorwerfen, dass er für seine Heimat kämpft. Hm. Bleibt auf dem Boden. Keine Folgequest von dem Guten. Aber hier drüben können wir ja noch eine abgeben. Hallo. Viele von jenen, die ihr gerettet habt, sind schon ins Lager zurückgekehrt. Ihre Hunden scheinen gut versorgt. Ihr könntet eine Zukunft im Bereich der Ersten Hilfe haben, wenn ihr euch dergleichen zusagt. Wenn euch dergleichen zusagt. Mögen eure Reisen sicher sein. Ja, im eigentlichen Let's Play werden wir auf jeden Fall auch alle möglichen Rufen machen. Und Erste Hilfe geht ja immer. Was kann ich für euch tun? Ambossa abriegeln. Wir wissen eure Hilfe hier draußen zu schätzen. Doch es gibt einen Ort, an dem ihr noch mehr gebraucht werdet. Dank der Angriffe durch die Trox, ganz zu schweigen von dem starken Erdbeben, das wir gerade erlebt haben, müssen wir alle Zivilisten in Ambossa im Nordwesten abriegeln. Hm. Geht und sprecht mit meiner Frau Jona in Ambossa. Ja, ich bin sicher, sie kann ein kräftiges Mädel wie euch gut gebrauchen. Okay, dann sprechen wir mit Jona. Hier scheint es auch keine Quest mehr zu geben. Da werden wir praktisch schon in den nächsten Bereich geschickt. Finde ich ja niedlich, dass Erdnuss so riesig ist. Also kommt einem zumindest so vor, wenn man einen Zwerg spielt. Könnte ich ja fast auf dem Kleinen reiten. Oh, ist momentan wieder ein Event. Liebe liegt in der Luft, tatsächlich. Ja, ich spiele ja momentan aus Zeitgründen nur Final Fantasy XIV privat. Und wenn ich wirklich noch ein, ja, ich sag mal ein zweistündchen Zeit habe, noch Elder Scrolls Online. Also meine zwei Lieblingsspiele mittlerweile. Bei Elder Warcraft habe ich leider momentan keine Zeit privat zu spielen. Deswegen wusste ich gar nicht, dass da schon wieder ein Event ist. Schön euch zu sehen. Hm, und was wollt ihr nun wieder? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Oh, die ist aber nicht gut gelaunt. Geht jemand anders auf die Nerven? Ich habe keine Zeit. Moment, was sagt ihr da? Jorren hat euch geschickt, um zu helfen. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Hm, das hätten wir schon noch getan. Was mit euch? Zwei neue Quests. Ja, ich würde sagen, die nehmen wir auf jeden Fall noch an. Dann, das Wichtigste zuerst, wir brauchen Bier. Typisch Zwerg. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir hier irgendetwas auf die Beine stellen wollen, solange wir kein Bier haben. Unser Biervorrat hier in Ambossar ist bedenklich niedrig. Zum Glück haben wir für solche Fälle ein paar Notfallfässer aufbewahrt. Westlich von Ambossar, entlang der nördlichen Grenze des Tals, werdet ihr Fässer mit Sturmhammer-Starkbier und Terramor-Hell finden. Gleich östlich von hier findet ihr ein Vorrat von Gnomenbräu. Das ist mein Lieblingsbier. Okay, drei Fässchen sollen wir an uns nehmen. Geätzte Ruhne. Ivein, diese Ruhne wurde mir gegeben, damit ich sie an euch weitergebe. Nehmt euch einen Moment Zeit, sie zu lesen, wenn ihr könnt. Ich denke mal, es kommt von dem Jägerlehrer Torgas. Werft doch am besten einen Blick darauf und sucht ihn in Ambossar auf. Bleibt auf dem Boden. Zähmer der Wildtiere, meisterlicher Schütze, erprobter Pferdenleser. Was wollt ihr sonst noch in diesem Leben erreichen? Vor all dies zusammen muss man äußerst intelligent und sehr geduldig sein. Der Weg des Jägers ist kein einfacher, so viel ist sicher. Ihr benötigt viel Übung, um auch nur so gut zu werden wie unsere Schafschützen. Im niedersten Rang. Aber dafür bin ich ja da. Ihr werdet mich in Ambossar über dem Eisklammental finden. Ich werde euch erwarten. Torgas Grimson, Jägerlehrer. Gut, gut. Hier gibt es noch eine andere Quest. Artefakte der Zwerge. Ivein, meine hübsche Blume. Der ist ja charmant. Interessiert ihr euch für Archäologie? Ja, sehr. Wir haben hier genau vor unserer Nase eine aufregende Gelegenheit. Das Beben des heutigen seismischen Ereignisses hat einige Artefakte aus der Erde unter dem Lager herausgeschüttet. Wenn ihr den nördlichen Rand des Tals inspiziert, solltet ihr alle möglichen Schätze finden. Bringt einige zurück zu mir und vielleicht können wir sie zusammen untersuchen. Alles klar, ab mit euch. Fünf vergessene Zwergenartefakte sammeln. Alles klar. Und das hier ist der Jägerlehrer. Ich überlege gerade, ob wir noch mit dem diese Folge sprechen. Ja, ich denke, das machen wir noch. Ach, der. Der Loh. Der Mönchslehrer. Der fällt auf hier unter den Zwergen, oder? Aber ich bin ja jemand, der die Pandaren sehr, sehr gerne mag. Auch das Add-On ist sogar mein liebstes Add-On, muss ich sagen. Ich weiß, viele Spieler, die schon länger spielen, und ich spiele ja auch schon seit Burning Crusade, mochten dieses Add-On nicht. Aber ich mag es. Das ist mein Lieblings-Add-On. Was kann ich für euch tun? Geätzte Rune. Ihr habt es also hierher geschafft. Das ist eine gute Nachricht. Musstet mich wohl auch nicht verfolgen, um den Ort hier zu finden. Haha. Ein Scherzkeks. Eines solltet ihr niemals vergessen. Ihr müsst die Welt respektieren, in der ihr lebt. Die Wildtiere, die den Kampf an eurer Seite wählen. Den Glanz eurer Waffe. Das Gewicht eurer Munition. Der Biss eines schneidenden Windes. All diese Dinge müsst ihr wie eure Westentasche kennen. Seid auf der Hut. Ah, das Leben eines Jägers. Das Leben eines Jägers ist tief in Tradition verwurzelt, wisst ihr. Auf spüren mächtiger Bestien. Im wilden Terrain. Trinken. Die Lande bereisen. Das Gewehr stets griffbereit. Trinken. Überleben dank Finesse. Mut und Instinkt. Gefolgt von einem ordentlichen Schluck zu trinken. Also ich muss sagen, die finde ich hier richtig lustig, die Zwerge. Aber bevor wir zu den guten Sachen kommen, müsst ihr die Grundlagen erlernen. Geht, macht eure eigenen Erfahrungen und ihr werdet lernen, mehr Dinge hinzukriegen. Und darauf trinken wir dann einen. Alles klar. Er reicht Stufe 3, um zuverlässiger Schuss zu erlernen und verwendet ihn dann fünfmal an den Trainingsattrappen vor dem Eingang von Ambossar. Man sieht sie. Stufe 3 bin ich noch nicht. Das können wir dann erst nächste Folge machen. Soweit haben wir hier auch alles eingesammelt, wenn ich richtig sehe. Hier sind die Trainingsattrappen dann. Okay, dann würde ich aber sagen, ich werde die erste Folge mal an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!